Ja, jedem von euch wurde von der Schule ein USB-Stick gegeben und den wollen wir uns heute mal genauer anschauen, wie man hier genau damit arbeitet. Wenn wir den USB-Stick in den Computer einstecken, passiert erst mal folgendes. Hier wird jetzt also erst die Gerätetreiber-Software installiert. Erst wenn das geschehen ist, dann öffnet sich eigentlich dieses Fenster hier. Was aber auch noch sein kann, wenn ein Virenscanner im Hintergrund läuft, dass der dann dieses neue Medium erst mal durchchecken möchte. Und das kann man dann hier wegklicken. So, hier geht in der Regel ein Kontextmenü auf und hier kann man dann klicken auf Ordner öffnen. So, man sieht jetzt hier diesen USB-Stick unter Computer und hier sind die einzelnen Laufwerke drauf und hier haben wir diesen USB-Stick mit dem Laufwerksbuchstaben J. Was wir hier gleich machen könnten, wäre Rechtsklick, Eigenschaften und dann kann man hier diesen USB-Stick einen Namen geben, übernehmen und dann kann man auch sehen, wem dieser Stick gehört. Wenn man einsteckt, normalerweise hat ja jetzt jeder Stick auch ein kleines Namensschild dabei. Gut, ich habe jetzt hier ein paar Dateien vorbereitet. Ich mache das hier mal auf. Also, kann sein, dass es so mittlerweile auf deinem USB-Stick aussieht und das setze ich natürlich dann übers Jahr hin fort und es wird immer mehr und unübersichtlicher. Und deshalb wäre es wichtig, wenn man auf den Stick entsprechende Ordner anlegt. Wie man das macht, zeige ich hier. Also, das ist unser Stick und entweder klickt man hier auf neuen Ordner oder Rechtsklick und dann entsprechend neu und Ordner. Diese Möglichkeiten hat man hier wäre es gut, wenn man sagt, okay, ich nutze den Ordner auch privat oder für die Schule und dann, wenn ich im Ordner weitere Unterordner anlegen möchte, dann kann ich das entweder hier tun, hier drauf klicken oder eben da einen Doppelklick drauf. Und dann kann ich hier wieder sagen, neue Ordner und immer so weiter. So, ich habe jetzt hier zwei Hauptordner angelegt und wenn man wissen will, welche Unterordner da drin sind, klickt man hier entsprechend drauf. Man kann aber auch hier mit den kleinen Pfeilchen hier entsprechend die Unterordner öffnen. Hier in Wirtschaft, da sind noch weitere Ordner angelegt und hier kann man praktisch dann komplett sehen, wie viele Ordner hier dann drauf sind. Also, das, was ihr schon habt, das sieht wahrscheinlich jetzt dann so aus, wenn ihr diese zwei Ordner entsprechend angelegt habt und jetzt muss das eben verteilt werden. Am einfachsten geht es mit Drag & Drop. Also, das bedeutet, ich nehme eine Datei, also die linke Maustaste wird gedrückt. Ich lasse die Maustaste gedrückt, ziehe die Datei jetzt auf den Ordner, lasse die Maustaste los. Die Datei wird hier praktisch ausgeschnitten am Ursprungsort und in dem neuen dann eingefügt. Und das kann ich mit allen anderen Dateien eben auch machen. Und dann ist dieser Ordner entsprechend aufgeräumt und hier liegen dann auf dem Stick keine vielen Dateien mehr, sondern hier Ordner. Und durch diese entsprechende Dateistruktur kommt man dann auch wieder zu den einzelnen Dateien. Ja, was ist zu beachten, wenn man den USB-Stick wieder vom Computer entfernen möchte? Also, grundsätzlich passiert da nichts, wenn man einfach rauszieht. Aber um sicher zu gehen, hier auf das kleine Dreieck klicken und dann hier auf das Hardware-Symbol. Und hier ist dann dieser USB-Stick zu finden. Man klickt auf Auswerfen und wenn dann hier diese Meldung kommt, dann kann man den USB-Stick wieder ausstecken. Man klickt auf Auswerfen. Man klickt auf Auswerfen. Man klickt auf Auswerfen.